So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Find. Diesmal geht es um den roten Stein. In dem Abschnitt... Gut gestampft, Stomper. Attacke. So, wo waren wir? Ich mach mal weiter. So. Okidoki. Brrrr. So, der rote Stein ist eigentlich recht einfach. Man muss nicht weit laufen. Das Level ist sowieso recht klein. Lass mal ein bisschen rum. Ah, hier wieder der Kampf gegen LeShina, aber das ist völlig egal. Die kann man mal links liegen lassen. Ah. 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 So, hier müssen wir ran eigentlich. Oh. Ah, was machst du die ganze Zeit? Lass mich doch mal in Ruhe. Wir polzen. Ah. Ah. Oh. Jetzt reicht's. Zack. Ah. Ah, jetzt. Hab ich dich. Dich knöpfe ich mir jetzt vor. Ich hab dir jetzt mal einfach klar gemacht. Die hat nämlich echt genervt. Geht auf mit dir. So, jetzt aber. Und da ist der... Nächste rote Stein. Du darfst nicht zulassen, was Umweltverschmutzern so etwas in die Hände fällt. Kaufe ich mir gleich erstmal. Ja Leute, das war der rote Stein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.